Auf geht's, der zwölfte Podcast. Einfach mal machen. Heute freue ich mich wirklich drauf. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber dieses Mal freue ich mich wirklich richtig auf diesen Podcast. Es wird wieder richtig gut. Ich habe nämlich zwei echte Macherinnen zu Gast, die nicht nur reden, sondern bewiesen haben im Leben, dass sie machen. Ich freue mich auf Marie Hoffmann und auf Amy Sarah Carstensen. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Marie, du kommst aus dem Soster-Raum, bist Westphalien, freue ich mich natürlich drüber, weil ich auch Westfale bin, genau. Bist Influencerin für die Landwirtschaft, bist auf TikTok der Star und auch bei Instagram, ich habe eben nochmal geschaut, über 600.000 Menschen folgen dir. Ist das eigentlich unheimlich oder wie gehst du mit dieser, du bist ja dann schon eine Person des öffentlichen Lebens, wie gehst du damit um? Ich bin da eigentlich auch nur so reingeschlittert. Du musst wissen, ich bin eigentlich passionierte Landwirtin, praktizierende Landwirtin. Ich leite einen landwirtschaftlichen Betrieb, einen Ackerbaubetrieb bei uns in der Sosterbörde mit einem Freund zusammen und dessen Vater. Und ich habe im Studium irgendwann begonnen, so kleine Erklärclips zu machen. Also das fing eigentlich ursprünglich an mit Textbeiträgen. Ich habe also erklärt, was und wie wir was machen, welche politischen Rahmenbedingungen sich ändern müssen, damit wir nachhaltiger, effizienter wirtschaften können, ohne dass die Wirtschaftlichkeit darunter leidet. Und ja, so ein bisschen versucht Verbraucherinnen und Verbrauchern, die Lebensmittelproduktion wieder näher zu bringen. Und dann wurde das irgendwann groß, auch übrigens mit der Zeit in Berlin. Ich habe ein Praktikum im Bundestag gemacht, bei einem Abgeordneten im Agrarausschuss und habe dann eben den Kontakt zu Politikerinnen und Politikern gesucht und mit denen über agrarpolitische Themen gesprochen und das eben mit auf Social Media begleitet. Sehr gut. Und wie bist du in den jungen Jahren zur Landwirtschaft gekommen, wenn deine Eltern waren jetzt nicht in der Landwirtschaft aktiv, sondern mit deinem Freund? Und wie bist du dazu gekommen? Meine Mama ist Lehrerin, mein Papa ist Kaufmann, richtig. Die haben nichts mit der Landwirtschaft zu tun. Wir haben ein paar Pferde hinter dem Haus, also ein großes Grundstück und auch sehr ländlich auf einem 500-Seelen-Dorf aufgewachsen. Naja, und mein Großvater, der war damals Vorsitzender bzw. tätig auf dem Haus Düssel. Das ist die Versuchs- und Bildungsstätte der Landwirtschaftskammer NRW. Und ich hatte schon immer einen sehr guten Draht zu meinem Opa und der hat mich dann eben zu den Betrieben mit hingenommen, die er noch nach seiner Beendigung der Berufskarriere dann noch weiterhin betreut und beraten hat. Und dann habe ich mit elf begonnen, auf dem ersten landwirtschaftlichen Betrieb bei uns auszuhelfen und das hat sich sofort gezogen. Super. Danke Marie fürs Erste. Dann kommen wir zu Amy. Sie steht für Mut, Kreativität. Und wir haben uns, glaube ich, vor zwei, drei Jahren mal kennengelernt. Jetzt haben wir uns kürzlich nochmal gesehen. Eine Persönlichkeit, finde ich, die imponiert, weil sie in der Welt zu Hause ist und gleichzeitig auch in der Eckkneipe sitzt und da Spaß hat. Weil häufig hat man ja nur die eine oder die andere Welt zugegen. Und deswegen schätze ich dich sehr, wenn ich das sagen darf. Du bist Betriebswirtin, bist Unternehmerin und dein Unternehmen heißt ArtNight. Aber interessant ist, du bietest Malkurse an. Das musst du uns jetzt mal erklären. Genau. Ich habe vor sieben Jahren mein Unternehmen ArtNight gegründet. Wir bieten Malkurse an in Bars, Restaurants und Cafés für Erwachsene und seit kurzem auch für Kinder. Und wir arbeiten mit über 400 KünstlerInnen zusammen, die eben ihr Talent weitergeben und Menschen wie dir und mir einfach mal in zwei, drei Stunden beibringen, wie sie ihr eigenes Kunstwerk auf Leinwand schaffen. Das Ganze habe ich mit der Vision gegründet, Menschen wieder mit ihrer Kreativität mehr in Verbindung zu bringen. Weil Kreativität ist für mich so der Ursprung von einfach mal machen, von auch Unternehmertum und geht heutzutage auch durch die Digitalisierung einfach ein bisschen verloren. Und wir machen circa 2000 Veranstaltungen im Monat in Deutschland und in Österreich. Schon über eine Million Menschen haben mit uns gemalt und das ist die letzten sieben Jahre passiert. Die letzten sieben Jahre, da gab es dann Corona drin. Genau. Wird dir die Zeit überlebt? Das war hart. Also wir hatten die letzten vier Jahre, waren eigentlich durch Krise geprägt, heißt eben durch Corona. Wir machen Offline-Veranstaltungen, bedeutet wir haben von heute auf morgen eigentlich kein Geschäftsmodell mehr gehabt. Haben es versucht zu digitalisieren, haben dann aber auch über, also wirklich mit den strengen Auflagen, die es während Corona gab, trotzdem Offline-Veranstaltungen durchgeführt. Und ja, alles andere, was dann jetzt die letzten zwei Jahre noch passiert ist, rein gesamtwirtschaftlich, war jetzt auch nicht unbedingt einfach als Startup oder eben als Unternehmen, was gestartet ist. Und da haben wir uns dann einmal so durchgekämpft. Wie ging es dir persönlich dabei? War das eine harte Zeit? Hast du manchmal gesagt, ich höre jetzt auf und gehe wieder zu Bertelsmann, wo du mal gearbeitet hast? Häufig habe ich drüber nachgedacht, aber aufgeben ist für mich da keine Option. Und ich habe so ein Credo, dass, also wenn ich morgens aufstehe, dann versuche ich auch das Beste aus dem Tag zu machen. Und so habe ich mich einfach durchgeboxt und habe es auch immer wieder als Erfahrung, als Chance gesehen, selbst zu wachsen. Und natürlich das Unternehmen und die Verantwortung, die das auch mit sich bringt, wenn man unternehmerisch tätig ist, für seine MitarbeiterInnen oder eben auch für die KünstlerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Diese Verantwortung war ich mir immer sehr bewusst und das hat mich jeden Tag angetrieben, einfach weiterzumachen. Du warst bei Bertelsmann, war eigentlich alles safe, wie man heutzutage sagt. Warum hast du dich trotzdem selbstständig gemacht, was ich gut finde? Aber die meisten bleiben ja dann irgendwie so im Job, oder? Ja, also ich hatte ursprünglich mal den Plan, dass ich DAX 30 Vorstand werden wollte, weil meine Eltern sind beides Unternehmer. Und ich habe das eben miterlebt als Kind und als Jugendliche, was es bedeutet, so vom Haus in die Einzimmerwohnung wieder zu ziehen und immer wieder von vorne anzufangen, wenn auch mal was nicht so klappt. Ich habe dann aber Mitte 20 festgestellt, dass ich ein sehr unternehmerisches Herz und auch einen Verstand habe und wollte das dann in die Tat umsetzen. Und das hat mich motiviert, das zu tun, auch wenn das Risiko zu Beginn recht hoch war. Also meinen Job einfach aufzugeben, mein Gehalt aufzugeben, von meinem Ersparten zu leben, das komplett in die Firma zu investieren. Ich bin aber froh, dass ich es gemacht habe. Super. So, jetzt müssen wir mal zur Sache kommen. Ein Thema, worüber wir reden müssen, sind natürlich die Demonstrationen insgesamt im Allgemeinen. Es begann aber mit den Bauerndemonstrationen. Du bist, Marie, sehr stark auch in der Öffentlichkeit gefragt. Man nimmt dich sehr stark wahr, auch in überregionalen Zeitungen. Und ich nehme jetzt mal dieses Beispiel Bauernproteste für die Stimmung im Land, die aufgeheizt ist, die polarisiert ist. Wie nimmst du das wahr? Da gab es ja dann auch Vorurteile, da wurde gesagt, ja, sind das denn alles vernünftige Leute? Oder wer geht da alles auf die Straße? Auf einmal gab es riesige Debatten. Wie hast du das wahrgenommen? Also tatsächlich ist es so gewesen, oder ist es immer noch so, dass die Stimmung tatsächlich sehr aufgeheizt ist. Aber Gott sei Dank so, dass es nicht aus dem Ruder läuft. Also die Landwirtinnen und Landwirte, die ich kenne und auch die meisten grundsätzlich, die sind sehr friedlich dagegen vorgegangen. Versucht auch argumentativ dagegen vorzugehen, zu erklären. Aber eben auch zu zeigen, wir sind noch da, wir möchten gehört werden und wir möchten mit der Politik an einem Tisch sitzen und darüber sprechen. Und da bin ich auch so ein bisschen diese ruhige Stimme dieser Protestbewegung gewesen, beziehungsweise vor allem auch der Petition. Wir haben ja eine Petition ins Leben gerufen, eine Freundin und ich, um eben noch ein weiteres demokratisches Mittel zu haben, um mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch gemeinsam an einem Tisch zu kommen und darüber zu sprechen und zu verhandeln. Weil wir eben auch Teil der Lösung sein wollen. Wir sind nicht für billigen Diesel auf die Straße gegangen, sondern wir sind für eine bessere, sichere Zukunft auf die Straße gegangen und vor allem für eine vernünftige Herangehensweise bei solchen Entscheidungen. Sprich, wir dürfen nicht erst etwas verbieten und dann schauen wir mal, wo finden wir irgendwann eine Lösung. Bei den Atomkraftwerken war es ähnlich. Sondern wir müssen erst die Alternativen haben und dann entsprechend die Weichen stellen und dann vielleicht auch mal eine klimaschädliche Subvention wie den Agrardiesel schrittweise abschaffen. Hast du das Gefühl gehabt, es ging wirklich um dieses Thema Agrardiesel oder um das sogenannte grüne Nummernschild oder ging es da um mehr? War das spiegelbildlich für mehr? Absolut. Also es war letztendlich die Maßnahme, die das fast zum Überlaufen gebracht hat. Das sind Maßnahmen auch aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, die unseren Handlungsspielraum immer weiter verknappen. Das heißt, wir selber, wir Landwirtinnen und Landwirte, wir bestimmen unsere Preise nicht selber für unsere Produkte, sondern das tut der Handel, das tun die Weltmarktpreise, die Börse. Und der Handel setzt es um und hat da eben eine entsprechend monopolistische, oligopolistische Stellung auch und kann uns eben deklarieren oder sagen, welchen Preis wir für unsere Produkte bekommen. Und umso mehr Maßnahmen wir aus gesetzlicher Ebene bekommen, die auch mit einer finanziellen Mehraufwendung einhergehen. Je mehr Unterstützung braucht ihr. Ja, umso weniger haben wir Handlungsspielraum auch für neue Investitionen, die eben für die nachhaltige Gestaltung der Landwirtschaft, der Zukunft notwendig sind. Sprich neue Maschinen, die präziser Düngemittel, Pflanzenschutz, Saatgut ausbringen oder vielleicht gänzlich alternative Konzepte wie eine Agrardrohne, die zum Beispiel demnächst vielleicht unsere Saat ausbringt. Jetzt ist das ein Thema, Emi, hast du das Gefühl, du nimmst das jetzt von außen wahr, du bist jetzt keine Landwirtin, kommst auch nicht aus diesem Bereich, aber wenn du das so im Fernsehen siehst, hast du dann das Gefühl, das wäre früher auch passiert? Oder ist das wirklich so dieser berühmte Tropfen, der es zum Überlaufen bringt und es ist einfach eine Fundamentalkritik der Menschen, auch im ländlichen Raum, gegen die Politik im Allgemeinen? Ja, würde ich schon sagen, dass das genauso ist, weil ich den Eindruck habe, kommen wir mal wieder zurück zur Kneipe, also wenn ich zu Hause bin, ich komme aus dem Schwarzwald, gehe ich gerne in die Eckkneipe und unterhalte mich dort mit den Menschen und ich habe das Gefühl, da ist einfach eine sehr hohe Frustration da. Du kommst aus einem kleinen Ort, wenn ich kurz nachhabe, 700 Einwohner, genau, ich weiß auch wie der Ort heißt, darf man das sagen? Heiligen Zimmern im Schwarzwald, das war das Sagen, 700 Einwohner, du bist auch häufig dort und hast noch Freundinnen dort, Freunde und gehst auch dort raus. Genau. Und was ich einfach merke ist, da ist eine sehr hohe Frustration da, hohe Frustration bei kleinen Unternehmern, bei Landwirten, bei aber auch mittelständischen Unternehmen, die einfach das Gefühl haben, dass den Wohlstand, den man sich vielleicht noch wirklich erwirtschaften konnte vor sehr, sehr vielen Jahren, dass das heute so gar nicht mehr möglich ist. Und dass das wie so eine Art Fass ohne Boden ist. Also das lohnt sich die Leistung überhaupt noch. Wie viel Netto bleibt eigentlich vom Brutto übrig? Und da ist einfach eine sehr große Angespanntheit, die ich aktuell wahrnehme. Ich meine, Landwirtschaft oder der ländliche Raum wäre ohne die Landwirtschaft ja gar nicht so da. Hat die Landwirtschaft zu wenig Lobby? Oder hast du das Gefühl, hier in Berlin wird die Landwirtschaft zu wenig beachtet? Und damit auch der ländliche Raum? Oder wie nimmst du das wahr? Das hat natürlich auch mit dem Strukturwandel zu tun. Das heißt, es gibt immer weniger Menschen, die in den grünen Berufen arbeiten. Umso weniger Menschen in der Gesellschaft kennen auch noch jemanden, der in den grünen Berufen arbeitet. Umso mehr entfernt man sich vom Ursprung unserer Lebensmittelproduktion und allen Dienstleistungen, die dazugehören. Sprich also Artenschutz, Umweltschutz, Klimaschutz. Das sind alles Dinge, Leistungen on top, die wir über die Lebensmittelproduktion hinaus erbringen. Und die letztendlich auch entlohnt werden müssen von der Allgemeinheit, weil es eben der Allgemeiner zugutekommt. Und ich glaube, das ist das Problem. Viele Menschen sitzen, wir sind alle in unseren Filterblasen. Das versuche ich immer auch durch Social Media so ein bisschen rauszubrechen. Also auch vor allem Verbraucherinnen und Verbraucher anzusprechen, die nichts damit zu tun haben. Aber damit die verstehen, was uns beschäftigt, wie komplex das Ganze ist und dass das nicht ist. Ja, dann macht doch mal ein bisschen hier Biolandwirtschaft und ein bisschen da mehr Blühstreifen und legt doch bitte eure Hälfte des Ackers still, so ungefähr, damit wir mehr Lebensraum für Insekten und Wildtiere haben. Es muss zusammenpassen und da sind Landwirtinnen und Landwirte, aber Experten und Expertinnen, die genau das von klein auf auch in der Ausbildung gelernt haben, wie wir das zusammenbringen können. Und ich glaube, da brauchen wir auch mehr Vertrauen auf die Expertinnen und Experten, die wir haben. Und ich glaube auch, so viele politische Diskussionen konzentrieren sich oft auf den urbanen Raum. Also Initiativen, die es gibt, die auch kommunikativ groß verkündet werden, wie 49-Euro-Ticket, Elektromotoren und so weiter. Wenn man vom ländlichen Raum kommt, das interessiert die Leute nicht, weil bei uns im Dorf, da fährt irgendwie einmal am Tag ein Bus. Da bringt mir jetzt ein 49-Euro-Ticket nichts. Und eben auch in der Landwirtschaft, was ich wahrnehme im ländlichen Raum, da ist noch eine ganz andere Wertschätzung dafür da. Da holt man dann die Eier eben beim, der, der die Hühner hat oder eben holt sich ein Stück Fleisch ein-, zweimal im Jahr. Und das nehme ich aber in den Städten, nehme ich das anders wahr, weil hier ist vieles verfügbar, vieles ist günstig. Viele Waren werden ja auch aus dem Ausland bezogen. Und ich finde, da muss auch auf Seiten der KonsumentInnen ein Mindset-Shift stattfinden. Absolut. Obwohl ich das schon seit 20, 30 Jahren höre, dass immer gesagt wird, wir möchten regionale Produkte, wir sind bereit, mehr zu zahlen. Aber dann werden doch die Produkte gekauft, die vielleicht günstiger sind. Es gab ja da auch schon mehrere Kommissionen, die Borchardt-Kommission etc. Ich will jetzt gar nicht ins Detail rein. Ich will mal in den Ursprung rein. Also ich spüre das auch mit dem ländlichen Raum. Und das Thema, was du hattest mit den Experten, auf Experten hören. Jetzt will ich das gar nicht parteipolitisch machen, das gibt es in meiner Partei auch. Aber jetzt nehmen wir mal den Experten Cem Özdemir. Der ist Landwirt und hat, glaube ich, mit der Landwirtschaft so viel am Hut wie, weiß ich nicht, der Chinese mit Borussia Dortmund. Ich weiß nicht, Borussia Dortmund hat vielleicht doch auch in China Fans, aber wenig zu tun. Wie nehmt ihr das dann wahr? Muss man sowas verbieten oder muss man dazusehen, dass nur noch Leute, die Expertise haben, auch Fachminister sind für einen bestimmten Bereich? Nehmt ihr Herrn Özdemir ernst? Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, was wir in der Politik haben. Aber es ist auch schwierig, da rauszukommen. Also natürlich sind Ministerinnen und Minister Menschen oder Positionen, die etwas repräsentieren müssen. Die haben Beraterinnen und Berater, die letztendlich ihnen zuarbeiten. Aber trotzdem muss ja auch das, was ihnen erklärt wird und das, was ihnen geraten wird, verstanden werden und die Komplexität dahinter, eine Folgenabschätzung erfolgen. Also das muss ein Minister auch können. Und dann muss es zumindest so sein, dass man für das Thema brennt und für das Thema lebt und nicht ein Nebenthema ist, was man ursprünglich eigentlich vielleicht gar nicht haben wollte. Oder ja, wofür man sich eigentlich gar nicht so stark interessiert. Aber ich glaube, da müssen wir grundsätzlich wieder dahin, dass wir mehr Menschen aus den entsprechenden Ressorts auch wirklich in die Ministerien bringen und in die Politik bringen. Ist das ein Grund? Ich glaube, die Diskrepanz zwischen den Wählern und den Gewählten war noch nie so groß. Also die Menschen glauben der Politik nicht mehr, dass sie die Problemlösungskompetenz hat. Und was kann man dagegen tun? Reicht es aus, da Experten als Minister zu verankern? Ist wahrscheinlich ein wichtiger Schritt, zumindest jemanden, der dafür brennt, wie du sagst, völlig richtig. Aber was braucht es in diesem Lande? Ich meine, das ist ja wirklich unglaublich, dass mehr als die Hälfte sagen, Politik, Legislative, glaube ich nicht. Woran liegt es? Was ist hier passiert in Deutschland in den letzten Jahren? Ja, ich glaube, vielen Politikern geht es vielleicht darum, es hört sich jetzt vielleicht hart an, aber so everybody's darling zu sein und einfach zu schauen, dass man wiedergewählt wird oder dass die Partei besonders gut dasteht. Aber was ich aus meiner unternehmerischen Erfahrung bisher sagen kann, das ist jetzt ein schöner Spruch auf Englisch, hard decisions, soft life, soft decisions, hard life. Und das wünsche ich mir mehr von der Politik. Wirklich PolitikerInnen, die sich hinstellen, die klare Entscheidungen treffen, die vielleicht auch mal anecken und die das aber auch aushalten. Und wenn ich Entscheidungen für das Gemeinwohl aushalten und nicht, sage ich mal, so eine verallgemeinernde Entscheidung zu treffen oder versuchen, das auch jedem recht zu machen, das wird man nie schaffen. Sondern wirklich auch Persönlichkeiten, Parteien, die klare Meinung haben, die klare Entscheidungen treffen, die aber auch machen und dafür dann auch einstehen. Und spürst du das auch in der Landwirtschaft, das, was Amy sagt, dass nicht klar gesagt wird, was man wirklich will, sondern man will es allen irgendwie gerecht machen und am Ende macht man es dann niemandem mehr gerecht? Ja, zum Teil. Zum Teil. Also Cem Özdemir hat auch schon so ein bisschen seine Haltungsweise teilweise revidiert. Also er ist jetzt sehr stark auch auf dem Trip der regenerativen Landwirtschaft, zum Beispiel für die konventionelle Branche. Ich meine, er hat auch viel dazugelernt, aber das kann ja nicht das Ziel sein, dass man eine Legislaturperiode nutzt, um etwas dazuzulernen, sondern das muss man vorher schon wissen, damit man dann auch direkt entsprechend die richtigen Entscheidungen treffen kann und die richtigen Weichen legen kann. Hier wohl Cent und Co. Das sind alles Dinge, die waren lange durch die Borchardt-Kommission vorher schon geplant, durch Machbarkeitsstudien abgesichert. Und die werden jetzt immer weiter geprüft und Einzelelemente rausgenommen und dann immer geschaut. Ja, es wird immer auf die lange Bank geschoben. Ist es umsetzbar und so weiter. Das muss sofort passieren, wenn man in der Regierung sitzt und dann mal wirklich was tun kann. Warum seid ihr eigentlich nicht in der Politik? Ihr werdet ja eigentlich wie geschaffen. Habt Expertise, habt eine Ausbildung, eine abgeschlossene, muss man ja heute immer dazusagen. Habt Lebenserfahrung, seid jung, wollt die Zukunft gewinnen. Warum seid ihr nicht in der Politik, Amy? Ich glaube, bei mir war es so, dass ich, wie gesagt, als ich schon den Konzern verlassen habe, einen sehr hohen Drang hatte, schnell etwas zu verändern und mir überlegt habe, wo kann ich das tun? Ja, da ist die Politik natürlich das falsche Feld. Da ist vielleicht die Politik das falsche Feld. Und auf der anderen Seite erlebe ich aber auch viele Menschen, die sich vielleicht gerne politisch engagieren würden, die wirklich schlau sind, die tolle Berufserfahrungen mitbringen, die gar nicht wissen, wie der Weg eigentlich in die Politik gehen kann. Und da vielleicht ein bisschen mehr Transparenz auch zu schaffen, wie kann ich mich politisch engagieren? Bedeutet das immer, ich muss in eine Partei eintreten, ich muss irgendwie im Landkreis gewählt werden und Poster kleben? Oder wie kann ich wirklich meine Expertise einbringen? Und da einfach eine größere Transparenz auch zu schaffen und Chancen auch zu ermöglichen. Ja, das stimmt. Wo ich Werbung machen muss, für Parteien eintreten für das Thema. Ich meine, das können viel mehr machen. Wir sind einfach eine Parteiendemokratie und da kann man sich schon mal viel mehr einbringen. Die Frage ist natürlich jetzt, Marie, man hat ja so das Gefühl, es läuft im Moment nicht in Deutschland. Irgendwie sagt es jeder, auch im Bekanntenkreis. Mittlerweile ist es bei mir so, dass viele sagen, wenn wir abends Skatspielen und uns treffen, lassen wir das Thema Politik weg. Und wir reden über andere Themen. Es ist ja wirklich irre. Olaf Scholz nimmt man irgendwie gar nicht mehr wahr. Die Menschen machen sich zum Teil lustig über den Bundeskanzler. Ich meine, das können wir uns auch nicht leisten. Wir brauchen in diesem Land wieder irgendwie einen Plan. Irgendwie ist es ein Land ohne Plan, wenn man es mal so auf den Punkt bringt. Und das hängt, habe ich so das Gefühl damit zusammen, dass es so eine bestimmte oder gewisse Lethargie gibt, oder? Spielen wir doch irgendwie alle. Bürgergeld ist, finde ich, diese Debatten um dieses Bürgergeld, finde ich, ein schönes Beispiel. Allein der Begriff suggeriert ja irgendwie, es ist eine Vorstufe zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und mein Gefühl ist es, meine ich jetzt, man denkt dann immer, parteipolitisch, aber die Leute wollen, dass man Leuten hilft, die wirklich Hilfe brauchen. Aber Leute, die arbeiten können, sollten dann auch arbeiten gehen. Wie nimmst du das wahr? Du hattest 100 Mitarbeiter und hast heute 23 und baust wieder auf. Wie nimmst du diese Stimmung in Deutschland wahr? Also ich habe da eine recht klare Meinung und zwar, Wohlstand kann man sich nur erlauben, wenn man auch leistet. Und wir sind aktuell in einer gesamtwirtschaftlichen Lage, wo der Wohlstand nicht einfach von alleine kommt. Wir sind, auch wenn man sich mal die Welt anguckt, nicht mehr wirklich wettbewerbsfähig. In vielen Bereichen und Industrien oder auch was künstliche Intelligenz und Co. angeht, sind wir nicht mehr vorne mit dabei, wie das vielleicht mal vor 50, 100 Jahren war in gewissen Industrien. Und ich glaube, wir brauchen wirklich eine Leistungsbereitschaft von jedem Einzelnen in diesem Land zu leisten, etwas für diesen Wohlstand auch zu tun. Und das ist auch wiederum eine Frustration, die ich feststelle. Meine Mutter hat beispielsweise ein Reinigungsunternehmen im Schwarzwald und die hat ausreichend Aufträge. Und ihr fehlen wirklich ArbeiterInnen und Menschen, die diesen Job auch machen wollen, die aber dann auch ganz klar sagen, es lohnt sich ehrlich gesagt für mich gar nicht, ob ich jetzt für Mindestlohn arbeiten gehe und 30 Stunden die Woche putze, sorry, wenn ich das so salopp sage, oder ob ich dann zu Hause bleibe und Bürgergeld bekomme. Das macht keinen großen Unterschied, wieso soll ich dann überhaupt diese Anstrengungen unternehmen? Und das ist wirklich für mich so eine Frage des Mindsets, wo ich mir wirklich wünschen würde und auch einen Appell an jeden Einzelnen da draußen, sich wirklich zu überlegen, was kann ich zum Gemeinwohl dieses Landes beitragen, wie kann ich Verantwortung übernehmen, wie kann ich in Eigenverantwortung gehen, um einen gewissen Wohlstand auch zu erwirtschaften. Weil wir können nicht ewig vom Ersparten leben oder ich sag mal noch mehr Schulden machen und es bis zum Äußersten immer wieder ausreizen. Und da muss jeder Einzelne auch bei sich anfangen, da müssen aber auch richtige Strukturen und Incentives geschaffen werden, dass Arbeit belohnt wird, dass man das Gefühl hat und beispielsweise auch, wenn ich mit jüngeren Menschen spreche, da ist auch eine Frustration da, weil die haben zum Beispiel manche auch gar nicht mehr das Gefühl, wenn sie leisten, wenn sie sich auf gut Deutsch gesagt den Arsch aufreißen, dass sie sich einen gewissen Wohlstand erwirtschaften können, wie das Häusle zu bauen und Co. Und da muss es meines Erachtens weniger Sanktionen geben oder Bestrafungen geben, sondern mehr Inzentivierung für Menschen, die wirklich leisten und arbeiten. Ich glaube auch, dass das eher ein Systemfehler ist und gar nicht mal an der Motivation der Menschen liegt. Ich meine, man kann es ja nachvollziehen, wenn die Differenz zwischen Bürgergeld und Arbeit dann so gering ist, dass letztendlich diese Arbeit sich einfach wirklich gar nicht lohnt. Dann kann man das ja nachvollziehen. Aber es fängt ja schon da an, wir zum Beispiel haben auch unter anderem Spargel, also Sonderkulturen. Das heißt, wir brauchen auch Saisonarbeitskräfte, die jetzt in Corona-Zeiten zum Beispiel nicht kommen konnten. Und dann sind wir selber losgegangen und haben versucht, zum Beispiel an den Flüchtlingsheimen zu schauen, finden wir hier Menschen, die motiviert sind, die Lust haben, bei uns zu arbeiten. Und wir sind gar nicht erst da hingekommen. Die durften uns aus Datenschutzgründen überhaupt nicht sagen, wer da ist, wer Lust hat, wer kann, wer darf. Und allein da fing es ja schon an, dass der Weg uns so schwierig gemacht wird, überhaupt zusammenzufinden. Und nur so können wir die Menschen doch auch hier wirklich integrieren, wenn sie eine Rolle in der Gesellschaft haben, wenn sie gebraucht werden, wenn sie sich selber in einer Arbeit auch verwirklichen können. Das ist ja das, was Arbeiten letztendlich auch macht, etwas Sinnstiftendes zu tun, womit man sich in der Gesellschaft gebraucht und fühlt und eben seine Persönlichkeit auch verwirklichen kann. Und so kriegen wir auch eben keine Integration hin. Wenn wir jetzt anderthalb Jahre so weitermachen, dann wird alles noch viel schlimmer. Wie kommen wir denn jetzt da raus? Ich sage mal, das, was ihr sagt, sagen ja sehr, sehr viele. Und die Frage ist, dieser Podcast heißt Einfach mal machen. Also ich spitz jetzt mal zu, wenn wir jetzt morgen regieren und machen einfach so weiter, dann geht es immer so weiter. Also wir müssen ja wahrscheinlich irgendwas anders machen in Zukunft, als wir in der Vergangenheit gemacht haben. Da meine ich auch die Zeit, wo wir regiert haben. Es ist ja auch nicht alles gut gelaufen. Fehler gemacht wurden, es ist etwas gut gelaufen. Man muss ja damit auch differenziert umgehen. Aber was müssten wir eigentlich jetzt mal ändern? Welchen Mut bräuchten wir, um etwas zu machen? Weil sonst machen wir doch auch einfach nur so weiter. Was wäre zum Beispiel eine Idee von dir, Amy, einfach mal machen? Oder dir, Marie, was ihr jetzt, wenn ihr was zu sagen hättet, jetzt wirklich angehen würdet, wo man vielleicht auch Strukturen bricht, verkrustete Strukturen? Ja. Vielleicht zwei konkrete Vorschläge. Ich würde Steuererleichterungen schaffen für Zweit- und Drittjobs. Ich habe mich mit meiner Großmutter, die wurde kürzlich 80, und da habe ich mich mit vielen über 80-Jährigen unterhalten. Und viele davon haben, als sie damals eben ihren Wohlstand dann erarbeitet haben, auch in der Nachkriegszeit, die haben eben mehrere Jobs auch nebenbei gehabt. Das war ganz normal und selbstverständlich. Und 450 Euro nebenher, das reicht meines Erachtens nicht aus, sondern es wirklich zu inzentivieren, wenn Menschen arbeiten gehen wollen, zum Beispiel auch neben ihrem Hauptjob, das zu ermöglichen. Dass Familien und Menschen, die eben sich mehr Wohlstand erarbeiten wollen und diese Arbeitskraft haben, dass es sich für die lohnt, wirklich Zweit- oder Drittjobs auch noch anzunehmen, wenn sie das tun wollen würden. Wir haben die Idee dieser steuerfreien Überstunde, wenn ich jetzt 40 Stunden arbeite und mache Überstunden, dass die steuerfrei sind, weil ich natürlich in dem Unternehmen jetzt bei dir, wenn du da einen guten Mann oder eine gute Frau hast, die tolle Arbeit macht, ist es doch viel interessanter, dass die bei dir die 41., 42. Stunde macht, als wenn die jetzt ein 450. Stimme ich zu, ich weiß nicht, ob das wirklich dann in der breiten Masse auch hilft, weil beispielsweise auch bei großen Unternehmen, die haben ganz andere Regularien, was Überstunden betrifft, da ist das arbeitsrechtlich gar nicht möglich oder eben von dem Betriebsrat auch nicht gewünscht. Das heißt, es muss irgendwie Möglichkeiten geben. Eins von beiden, dass man Anreize schafft, um mehr zu arbeiten. Die zweite Idee? Die zweite Idee ist, da komme ich jetzt mal auf das Unternehmertum, das steht ja auch für einfach mal machen und möchte da mit einem ganz konkreten Beispiel starten. Ich habe mein Unternehmen gegründet, da war ich 27. Ich hatte davor, wie gesagt, Konzernjob. Ich komme nicht aus einer Familie, wo sehr viel Kapital da war oder dass ich jetzt sage, ich weiß, dass ich irgendwann mal was erben werde. Das heißt, ich war 27, hatte einen gut bezahlten Job und habe aktiv für mich die Entscheidung getroffen, mein hart erspartes Geld neben dem Studium und während meines ersten Jobs zur Seite zu legen. Dieses Geld einerseits, das waren 10.000 Euro damals, 2.800 Euro in das Unternehmen zu investieren und vom restlichen Geld habe ich die ersten neun Monate gelebt. Damals war es noch so, dass ich aufgrund meiner Berufserfahrung und meines Alters nicht mehr die Möglichkeit hatte und der Strukturen, die es gibt, sowas wie einen Gründungszuschuss zu bekommen, weil das oft für Studierende eben vorenthalten war oder für Menschen, die länger schon in der Arbeitslosigkeit sind und sich dann entscheidend zu gründen. Das heißt, da bin ich komplett durch das Raste rausgefallen, weil ich schon gegründet habe in der Endzeit meines alten Jobs und das Arbeitsamt mir dann gesagt hat, ich arbeite zu viel, um was zu bekommen. Das heißt, neun Monate habe ich diese Gründung und dieses Unternehmertum komplett selbst finanziert. Ich habe all mein Erspartes investiert, um unternehmerisch in diesem Land tätig zu werden, um Arbeitsglätze und Co. zu schaffen. Und die nächsten vier Jahre dann noch on top haben wir uns ein Gehalt ausgezahlt von 2.500 Euro brutto. Das sind ungefähr 1,7 Euro netto. Damals waren das sicherlich irgendwie 50 bis 70 Stunden Wochen, die wir gearbeitet haben. Das heißt, weit unter Mindestlohn. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich bin in den 20ern oder eben auch in den 30ern oder in den 40ern, wo ich mir wünschen würde, dass viel mehr Menschen gründen, weil man eine gewisse Erfahrung mitbringt, weil man eine gewisse Expertise hat, das konkret zu fördern. Und ich verstehe aber, warum das Menschen nicht tun. Denn auch in den 30ern will ich vielleicht eine Familie gründen. Und es ist ein massives Risiko, wenn, wie gesagt, ich nicht von zu Hause das Geld habe. Es ist ein massives Risiko, auf so viel Gehalt zu verzichten, erst mal so viel selbst zu investieren. Und da gibt es meines Erachtens ein konkretes Beispiel, dass man zum Beispiel sagt, es gibt gewisse Gründungszuschüsse für Menschen im, ich will jetzt nicht sagen höheres Alter, das wäre zu weit gegriffen, aber Menschen mit Berufserfahrung einerseits, gibt es gewisse Förderungen. Oder dass man sagt, wenn jemand gründet, und das muss man nicht für immer und alle zwei Jahre machen, sondern vielleicht alle 10 bis 15 Jahre, sind die ersten zwei Jahre des Gründungsgehalts zum Beispiel steuerfrei. Ja, finde ich super. Dann könnte man doch eigentlich gleich alle Förderprogramme abschaffen. Man macht es für alle. Aber, sorry, du hast einen super Punkt. Also nehmen wir mal an, wir nehmen mal dieses Beispiel Battlesman, da ist jemand, so wie du, verdient, sagen wir mal, 60, 70, 80.000 Euro, wegen mir 90.000. Der hat eine Idee, warum soll der sich mit 30 selbstständig machen, alles aufgeben, wenn er keinen Background hat finanziell. Das ist ein krasses Risiko. Super Punkt. Und es ist auch, ich sag mal so, es wird ja manchmal vielleicht ein bisschen schön geredet, aber die ersten Jahre im Startup, also 2500 Euro Bruttogehalt, das ist viel für einige Berufsgruppen. Und auf der anderen Seite, wenn man es eben mit diesen Jobs vergleicht, ist es relativ wenig. Das ist aber die Realität. Und steuerfrei ist ja gut, weil viele würden es nicht ausnutzen, weil du musst dich ja erst mal selbstständig machen, die ganze Arbeit machen. Da könnte man echt überlegen, ob man nicht alle Förderprogramme abschafft. Ist ja zugespitzt formuliert. Aber das sind doch einfache Ideen, finde ich super. Nehme ich mit in unser neues Programm, zumindest zur Debatte, finde ich super. Genau solche Ideen brauchen wir, wo wir Strukturen brechen. Und vielleicht noch einen Satz dazu. Wir brauchen auch Unternehmer, die den Mittelstand von morgen aufbauen. Die an eine Startup-Gründung so herangehen, dass es eben nachhaltige Unternehmen sind, nicht für die nächsten drei, vier Jahre. Warum ist das eigentlich so? Also ich habe immer das Gefühl, man baut da schnell auf, um dann ziemlich schnell am Markt zu sein, schnell die Skaleneffekte und dann ziemlich schnell in den Verkauf gehen, um dann Geld zu haben, um dann als Investor vielleicht tätig zu sein. Warum ist es? Also ich nehme es fast ausschließlich so wahr bei Startups. Oder bei vielen. Also zugespitzt gesagt geht es vielleicht auch vielen darum, eben um die Bereicherung des Individuums und nicht um die gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Das ist aber jetzt eine harte Unterstellung. Finde ich toll, dass du so direkt bist. Ist aber auch gerechtfertigt. Also warum nicht? Und auf der anderen Seite... Meinst du ja auch beschreiben, ne? Genau. Und auf der anderen Seite, finde ich, kann aber auch Strukturen geschaffen werden oder auch in Startups. Ich mache das jetzt seit sieben Jahren. Ich werde oft schräg dafür angeguckt, so, oh, sieben Jahre machst du das schon? Ja. Und wenn ich mit Familienunternehmen spreche, das sind sieben Jahre, sind ein Witz. Aber du bist der Mittelstand von morgen. Ja, das ist mein Plan. Und wie könnte man das politisch, letzte Frage, dann komme ich wieder zu Marie, wie könnte man das unterstützen politisch, diesen Mindset langfristig? Genau, das auch einfach wieder zu fördern, also Unternehmertum grundsätzlich zu fördern mit den Punkten, die ich gerade auch genannt habe. Marie, einfach mal machen. Du bist in der Landwirtschaft zu Hause, was gibt es da so für Punkte, wo du sagst, jetzt mal als Beispiel, da müsste man dringend ran und etwas anders machen. Als früher. Der Hauptpunkt ist, glaube ich, das Thema Bildung. Gerade weil wir eben so wenig Menschen mittlerweile nur noch sind, die in den grünen Berufen arbeiten. Die Kinder, also die Menschen von morgen, letztendlich wieder raus auch zu bringen und zu schauen, was ist die Basis unseres Lebens. Also wirklich ein verpflichtendes Fach in allen Schulen einzuführen. Lebensmittel, Landwirtschaft, Ernährung, Umweltschutz, all das hängt ja zusammen. Daraus ein Fach zu machen und dann wirklich draußen aktiv sich anzuschauen. So ein lebensnahes Fach. Genau, sich anzuschauen, was gibt es, welche Möglichkeiten haben wir auch, eine Zukunft uns zu gestalten, auch aktiv wirklich Umwelt, Arten und Klimaschutz zu betreiben mit der Landwirtschaft, sich gesund zu ernähren, unsere Ressourcen sinnvoll und effizient einzusetzen. Eigenverantwortung sozusagen auch. Wahrzunehmen und nicht kollektiv. Kleine Anekdote von gestern auf der grünen Woche. Ich habe ein paar Schulklassen auch betreut, bin mit reingegangen, habe einigen Kindern einfach ehrenamtlich ein bisschen was erklärt zu den Ständen auch. Da war ein Kind dabei, das hat noch nie in seinem Leben Erde angefasst. Und das war ein Sechstklässler. Und das ist ja Wahnsinn. Also wie weit sind wir denn mittlerweile weg? Und da sehe ich einen ganz großen Hebel, weil Politikerinnen und Politiker sind auch Menschen aus der Gesellschaft, die vielleicht auch den Bezug dazu verloren haben und deswegen viele Entscheidungen treffen. Deswegen glaube ich, es ist wichtig, dass wir es als gesellschaftliches Gesamtkonzept oder Lösung angehen. Finde ich gut. Ich meine, jetzt kommen die Kritiker und sagen, ihr wollt jede Woche ein neues Fach gründen, aber im Kern geht es ja auch um die Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen, oder? Auf sich selbst Acht zu geben, Eigenverantwortung zu übernehmen und lebensnah. Dann kann man andere Sachen auch mal mitnehmen. Ein bisschen, was ein Mietvertrag ist, was weiß ich. Also diese lebensnahen Sachen. Finde ich gut. Finde ich gut. Und dann nehmen wir direkt als Fach noch mit dazu. Und Politik dann auch bitte. Aber gibt es ja schon. Aber vielleicht auch noch zu wenig. Jetzt hast du natürlich bei der Bildung das Thema. Wenn wir das jetzt aufschreiben, dann melden sich sofort. Ich meine, das nur beschreiben, nur deskriptiv. Also nicht, dass einer denkt, ich will da einem. Nein, das ist doch Länderthema. Ja, genau. Aber das ist ja in Mecklenburg-Vorpommern oder in Nordrhein-Westfalen oder in Sachsen ist ja das gleiche Thema. Wenn ihr sowas hört, wie reagiert ihr? Und was kann man da machen? Also es müsste doch eigentlich zumindest ein bundeseinheitlicher Standard sein, ohne den Ländern das Thema wegzunehmen. Aber am Ende muss doch Bildung eine nationale Aufgabe sein. Genau. Die Ausgestaltung letztendlich kann ja den Ländern noch überlassen bleiben. Aber dass man sagt, das ist unsere nationale Verantwortung, dass wir unseren Kindern wieder wirklich diese Dinge mit auf den Weg geben, die so essentiell für das eigene Leben, aber für das Leben in einer Gesellschaft auch sind. Warum kann man es den Ländern nicht wegnehmen? Also radikale Frage. Weil die Nein, also ich sage es jetzt mal technisch, es gibt einen Bundestag, einen Bundesrat, der kommt immer ins Spiel, wenn die Länder betroffen sind und dann stimmen die einfach mit Nein. Das weiß ich, aber vielleicht musste man da mal systemübergreifend drüber nachdenken, ob dieses System, wo wir jetzt auch die letzten Jahre gesehen haben in der Bildung, dass es nicht funktioniert, es zu ändern. Wie ändern wir das System? Ich glaube, es ist schwierig, also jetzt in dem Kontext, weil das hat auch viel mit Angst zu tun. Menschen wollen nicht ihren Job verlieren. Aber wir stehen doch jetzt, also der Abstand vom Rücken zur Wand, der ist doch so klein mittlerweile. Dass doch jeder sieht, dass wir uns alle verändern müssen. Übrigens auch wir Politiker, ja. Ich glaube, wir als erstes, ja, Stichwort Größe, Bundestag, Kanzleramt, Erweiterung, Verbeamtung, dass wir nicht in die Rente einzahlen. Also wir müssten ja auch selbst uns erst mal verändern. Ja, wäre ich sofort mit dabei. Wir haben auch viele Punkte im Grundsatzprogramm. Wir müssen es machen, nicht nur reden. Aber ich sage mal, jetzt sind wir beim Kern des Kerns. Wie schaffen wir das? Also es gab mal jemanden, der hieß Gerhard Schröder, ich will jetzt gar nicht das Thema Russland jetzt hier ansprechen, jetzt mal nur mal in die Vergangenheit gehen. Damals gab es auch mal eine Situation in Deutschland, das war jetzt fokussiert auf das Thema Arbeitslosigkeit. Ich glaube, im Moment ist es breiter. Aber er hat dann etwas gemacht und hat dann gesagt, wir müssen ein Prinzip einführen, fördern und fordern. Und ich fand das richtig. Er wurde dafür abgewählt, muss man sagen. Das heißt, da war ein Politiker, der gesagt hat, ich mache das jetzt, auch mit dem Risiko, dass ich abgewählt werde. Ist das ein Ansatz? Also bei euch beiden könnte ich mir das vorstellen. Du könntest Bildungsministerin werden. Landwirtschaftsministerin. Ja, genau. Aber genau. Oder beides. Wir wollen ja Ministerium ein bisschen schrumpfen lassen. Und du könntest die Koordinatorin werden, wie wir diesen Durchbruch jetzt schaffen. Aber ich will das nochmal ansprechen. Wie schaffen wir das? Weil wir jetzt seit Jahren immer nur in unseren Strukturen unterwegs sind. Brauchen wir Politiker, die ganz klar sagen, ich mache das jetzt für vier Jahre. Und danach fürs Gemeinwohl. Ich weiß, es ist jetzt nicht einfach. Wir müssen den Gürtel enger schnallen. Aber nach vier Jahren, verspreche ich euch, geht es dem Land insgesamt besser. Wir haben Aufbruch und Zuversicht. Oder was ist die Methode? Ich glaube auch da, vielleicht muss man jetzt einfach wirklich mal ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen und machen. Und wenn ich das jetzt wieder aus meiner Erfahrung berichte, hätte ich so agiert, die letzten vier Jahre, dann wird mein Unternehmen heute nicht mehr existieren. Wenn du wie reagierter bist? Wenn ich, sag mal, keine harten Entscheidungen getroffen hätte, nicht klar in die Umsetzung gegangen wäre. Zum Beispiel. Beispiele, auch, sag mal, Personal zu kürzen. Es ist immer hart. Das trifft auch wirklich jeden Einzelnen. Und manchmal ist es aber notwendig, Kosten einzusparen, Prozesse effizienter zu gestalten, Dinge zu digitalisieren und Co. Und ich glaube, da braucht es wirklich, in der Politik braucht es Menschen, die das wirklich vorantreiben. Und wo man aber auch das Gefühl hat, es wird dann auch gemacht. Und vielleicht braucht man auch so eine Art Trial-and-Error-Phase. Manche Dinge muss man auch mal mutig sein, Dinge auszuprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann muss man wieder eine Möglichkeit haben, es vielleicht rückgängig zu machen. Und ich habe das Gefühl, dafür ist gar keine Bereitschaft da, sondern wir denken heute über Lösungen nach für in vier, fünf Jahren. Bis dahin sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und so kommen wir gar nicht voran. Wie siehst du das denn selber? Welchen Hebel siehst du da selber als Politiker, das mal in die Umsetzung zu bringen und sich selber ein Stück weit verändern zu wollen? Gerade auch auf Bundestagsebene Dinge effizienter zu gestalten, einen schlankeren Staat letztendlich anzustreben. Weil wir schaffen ja gerade immer mehr Stellen, mehr Stellen, mehr Stellen. Wir geben immer mehr Geld aus dafür, für neue Positionen und so weiter. Wie kriegt ihr das letztendlich nachher hin? Also ich persönlich bin voll ein Fan von diesem Thema Ausprobieren. Also ich würde in Zukunft im Koalitionsvertrag festschreiben, dass wir Dinge einfach mal zwei Jahre ausprobieren, weil man dadurch, glaube ich, die Bedenkenträger bekommt. Zum Beispiel dieses Thema Überstunde steuerfrei. Oder aktiv. Oder nehmen wir das Thema mit den Selbstständigen, dass wir sagen, in den ersten zwei Jahren zahlen die keine Steuern. Um Anreiz, lass uns das doch mal zwei Jahre machen. Ja, und dann nehmen wir ein Institut und wir gucken uns das mal einmal an und treffen uns hier wieder. Und wenn es gut läuft, lassen wir es. Wenn es nicht gut läuft, wandert es in die Tonne. Das wäre ein Punkt. Der zweite Punkt wäre, ich glaube, dass wir als CDU, wir bauen langsam Vertrauen auf. Die Menschen vertrauen uns langsam, aber sie sagen auch, na, die Reden machen die auch. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt langsam aufschreiben, spätestens zur nächsten Bundestagswahl, was sind zehn ganz konkrete Punkte, ganz konkret, die wir umsetzen wollen. Ich muss zugeben, wir haben damals sehr stark regiert, weil wir eine Regierungspartei waren, weil die Menschen gesagt haben, wir vertrauen der CDU, wenn die regiert, das läuft schon. Das war ja auch so. In großen Teilen. Aber, zur Ehrlichkeit gehört auch, wir wurden 2021 abgewählt, weil wir nicht mehr gut genug waren, weil wir auch inhaltlich in vielen Bereichen entkernt waren. Vielleicht war es sogar gut, dass wir abgewählt wurden, damit wir uns jetzt neu aufstellen konnten und aus den Fehlern jetzt lernen und das weitermachen, was wir gut gemacht haben. Und deswegen, glaube ich, muss man wirklich zehn Punkte ganz konkret aufschreiben. Aber ganz konkret, nicht Bürokratieabbau, sondern ganz konkret sagen, wir wollen, was weiß ich, zwei Jahre jetzt alle Berichtspflichten mal abschaffen. Jetzt mal als Beispiel, mal radikal für den kompletten Mittelstand und dann gucken wir uns mal die Welt nach zwei Jahren an. Was ist denn dann passiert? Und der dritte Punkt, das machen wir gerade im Hintergrund, dass wir jetzt wirklich auch strukturell daran gehen. Das ist jetzt nicht so für die Öffentlichkeit, sondern da geht es um Ressortabstimmung, wer ist wofür zuständig. Also ich habe zum Beispiel Christian Klein die Tage getroffen, der Chef von SAP, ganz toller Typ. Der war bei uns im Bundesvorstand und der sagte, wenn ich in die Schweiz fahre, das ist immer ein tolles Erlebnis, da habe ich einen Digitalminister, der ist zuständig und hat dann aber auch die Kraft, die Dinge durchzusetzen und so können wir mal eben als SAP für die Schweiz eine Cloud machen. Das heißt mit anderen Worten, bei uns gibt es immer noch vier, fünf digital zuständige Minister. Die FDP, also ich bin der Letzte, der bascht gegen die FDP. Wir brauchen eine, finde ich, eine FDP für die soziale Marktwirtschaft, für das Thema Eigenverantwortung. Aber was die jetzt machen, zum Beispiel beim Thema Digitalisierung, haben sie auch jahrelang drüber gesprochen und es funktioniert immer noch nicht richtig. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir jetzt im Hintergrund so ein Handbuch, was wir in den Strukturen auch ändern, dass es so nicht mal weitergehen kann. Weil wenn wir das jetzt nicht schaffen als CDU, wenn wir wieder regieren sollten, dann ist kaum noch jemand da im politischen Mittelspektrum. Aber Marie, ich bin eigentlich der Moderator hier, aber trotzdem, danke für das Fragen. Fragen, genau, genau. Aber Marie, sag mal eben zum Schluss, wir hatten eben im Vorgespräch um dieses Beispiel noch mal ganz kurz mit Digitalisierung. Ich meine, das Gleiche ist ja auch in der Landwirtschaft, wo man das Gefühl hat, da wird nur geredet, aber eigentlich könnten wir es umsetzen, dass wir da mehr Bürokratie abbauen, indem wir digitalisieren, aber es wird nicht gemacht. Also das ist auch das Thema, es wird geredet, aber nicht gemacht. Vielleicht kannst du da noch mal zum Schluss sagen, was du da machen würdest, wenn du Bundeskanzlerin wärst. Also nur noch mal zur Erklärung kurz, ich schaue mir ja auch sehr viele Konzepte an, wie wir das vereinfachen können. Zum Beispiel im Tierhaltungsbereich, wie wir Daten, die das Einzeltier betreffen, direkt erfassen, automatisch erfassen können, sodass die Landwirtin, der Landwirt das nicht immer händisch noch mal eintragen muss für jedes Tier, in der HIT-Datenbank zum Beispiel, sondern dass das einfach gebündelt sofort über die Ohrmarke elektrisch, elektronisch erfasst wird. Ist möglich und warum wird es nicht gemacht? Weil das Kosten sind, die letztendlich beim Landwirt bleiben und der Verbraucher noch nicht mit übernimmt. Also das ist noch nicht so weit. Wir können uns das selber gerade nicht leisten. Ja, also das muss ja irgendwo auch von der Gesellschaft getragen werden. Und das sind aber Dinge, die sind möglich, aber die werden noch nicht in die Umsetzung genau deswegen gebracht. und ich glaube, es ist ganz wichtig, was du gesagt hast. Einfach mal machen, einfach mal Dinge ausprobieren, auch wenn sie dann scheitern, aber dann weiß man es. Also Borchardt-Kommission ist so ein Stichwort, da haben Ewigkeiten, lange Jahre, viele Menschen, Wissenschaftler zusammengearbeitet aus allen verschiedenen... Konsens zwischen Landwirtschaft und Politik. Konsens, absolut, ja. Und ein Riesenpapier ausgearbeitet mit sehr, sehr, sehr konkreten Umsetzungspunkten, wie wir jetzt das Tierwohl wirklich in die Praxis bringen, wie wir den Umbau der Tierhaltung schaffen. Und es wird nicht gemacht. Ja, also Özdemir spricht jetzt vom Tierwohl-Send, pickt sich also einzelne Teile raus, anstatt zu sagen, ja, komm, auch wenn es jetzt nicht unser Ding war, also auch wenn es nicht auf unserem Mist gewachsen ist, Parteigrenzen einfach mal fallen lassen und den Stolz ablegen und zu sagen, wir machen es jetzt einfach, wir probieren es. Ihr könnt irgendwie noch stundenlang mit euch reden, macht echt richtig Spaß. Wir müssen jetzt nur zum Schluss kommen. Zum Schluss wird ja immer gekickert hier, das gehört ja irgendwie zu einfach mal machen, also ein Tor machen. dazu, du hast gesagt, Amy, dass du in Kneipen unterwegs bist im Schwarzwald. Gibt es da auch Kicker? Natürlich gibt es da Kicker. Kicker hast du gerne? Ich kicker sehr gerne. Billard oder Daten, aber Kicker ist so, ja. Macht Spaß. Marie, gehst du noch in die Kneipe? Oder ist es in deiner Generation, geht man da? Unsere Kneipen bei uns im Ort oder auch in der Gemeinde haben leider fast alle geschlossen. Leider auch mittlerweile in Soos fängt das an, aber wir haben einen Kicker auf dem Dachboden, da spielen wir auch manchmal noch mit. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Wir kickern bis zwei und Amy, du kommst mal hier rum. Ich geh mal vorne hin. Genau. Und ihr macht das im Stehen, Marie. Sehr gut. Sehr gut. So. Und hier gibt es immer die, genau, die Standardfrage. Bis zwei, einer muss einrollen. Das ist ein ganz neuer Kicker, weil der Micky Beisenherz, glaube ich, oder war das der Robin Alexander? Einer hat den, Micky Beisenherz hat den kaputt gemacht beim letzten Mal, der war hier. So, dann fangen wir an. Wir spielen bis zwei und es gibt immer die obligatorische Frage, was würdet ihr machen, wenn ihr Bundeskanzler, Bundeskanzlerin wäret in Deutschland. Als erstes, was würdet ihr als erstes umsetzen? Bitte spielen, weil das ist ja die Idee des letzten 1 zu 0 für Amy. Amy, was würdest du machen? Ich würde klare Incentives schaffen für Unternehmertum und Leistung. Sehr gut. Marie? Komm, wir klicken einfach noch ein bisschen weiter. Ja, wir klicken einfach weiter. Also, ich würde auf jeden Fall erstmal das Fach Landwirtschaft, Ernährung, Naturschutz übergreifend, länderübergreifend in allen Schulen einführen. Ja. Und dann auf jeden Fall jetzt in der aktuellen Debatte Steuererleichterung auf nachhaltige Kraftstoffe, die wir jetzt direkt schon in unsere Dieseltraktoren vertanken können, einführen. Also HVO, Hydrate, Fette und Öle aus Rest- und Abfallstoffen und Pflanzenöle. Also, dass wir da eben die wirtschaftlichen Anreize schaffen, auch wirklich klimafreundliche Alternativen zu finden. Super, ganz konkret in die Zukunft gedacht und nicht in die Vergangenheit. Vielen Dank euch beiden. Amy Carstensen und Marie Hoffmann hat richtig Spaß gemacht. Euch allen wünsche ich alles Gute. Bleibt gesund. Wir sehen uns schon bald wieder. Die Gäste stehen für den nächsten Podcast, der 13. Lasst euch überraschen. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. T Wanders Bis zum nächsten Mal.